Wer hat uns verraten? Ja, die Sozialdemokraten. Wer ist auch so gemein? Die schwarz-grüne Partei. Wer bringt Deutschland runter? Ja, sie sagen, es wäre immer bunter. Das kann keine Toleranz mehr sein. Gewalt auf den Straßen. Wer dieses kritisiert, soll Spalter sein. Uns Musiker haben sie schon immer betrogen. Mit einem Nazitrick bei der GEMA uns entmachtet. Und sagen, das ist Demokratie, so verlogen. Die GVL macht nur die Eliten reich. Die Parteien bezahlen weniger Gebühren und sind dann ganz klein. Kleine Musikveranstalter können den Wucher nicht mehr bezahlen. Wenig Livemusik, ja schade. Unterm Bürger muss die Milliarden von diesen Elitenvereinen tragen. Wer hat uns verraten? Ja, die Sozialdemokraten. Wer ist auch so gemein? Die schwarz-grüne Partei. Wer bringt Deutschland runter? Ja, sie sagen, es wäre immer bunter. Das kann keine Toleranz mehr sein. Gewalt auf den Straßen. Die, die das kritisieren, sollen Spalter sein. Wer Musiker betrügt, betrügt auch andere dann. Mit Kriegsmaschinen und Globbingisten. Der Fahrer wird kommen, seht ich auch ran. Wer hat uns verraten? Ja, die Sozialdemokraten. Wer ist auch so gemein? Wer hat uns verraten? Ja, die Sozialdemokraten. Wer ist auch so gemein? Schwarz-grüne Partei. Wer bringt Deutschland runter? Ja, sie sagen, es werde immer bunter. Das kann keine Toleranz mehr sein. Gewalt auf den Straßen. Die, die das kritisieren, sollen Spalter sein. Wer Musiker betrügt, betrügt auch andere dann. Mit Kriegsmaschinen und Globbingisten. Der Fahrer wird kommen, seht ich auch ran. Wer hat uns verraten? Ja, die Sozialdemokraten.